Ich habe hier das HD Zero Whoop Lite Video Sender. Das ist der kleinste leichteste Digital Video Sender. Der Video Sender kann mit 1S betrieben werden. Also für so einen kleinen Whoop kann man den hier integrieren. Mit zum Beispiel 65mm oder man nimmt einen 75mm den man hier reinpacken kann. Und man kann das Modul auch mit 2S betreiben. Wie hier bei dem BetaFPV Meteor 85mm Whoop. Der wird mit 2S betrieben und man kann auch das Video Sender Modul zwischen 1S und sogar 3S betreiben. Das Board ist super leicht. Es wiegt 6,5 Gramm. Die Kamera finde ich super kompakt mit ganz kleinen Linse und hinten dem digitalen Board hier. Die Kamera selbst wiegt gerade mal 1,66 Gramm und das digital. Zusammen 817 und dazu gehört so ein kurzes Verbindungskabel zu der Kamera und dann eine Sender Antenne für 5,8 GHz. Dann wiegt das ganze 9,18. Gegebenenfalls muss man vielleicht noch paar Kabel berücksichtigen die dazu kommen. So wiegt das ganze Video Modul mit der Kamera unter 10 Gramm. Das HD Zero Board ist hier mit so einem Blech abgeschirmt von beiden Seiten. Das kann man aber vorsichtig abmachen. Das ist nur drauf gesteckt. Dann kann man das hier vorsichtig abmachen. Wenn man zum Beispiel wenig Platz hat auf so einem 75mm Whoop würde ich das ohne den Schutz machen und das direkt so anbringen. Dann kann man auch besser die Antenne dort platzieren. Und das ganze wird auch noch ein bisschen leichter. Hier die obere Seite. Ich bin im Anschluss für die Kamera und die Antenne. Und so ist das Board noch etwas leichter mit 4,5 Gramm. Also wiegt der Video Sender ohne der Abschirmung nur noch 7,15 Gramm. Zuerst lasse ich das Modul aktualisieren. Das verbinde ich mit dem Empfangs Modul. Das habe ich hier vom Fatschack und aktualisiere das ganze. Auf der HD Zero Seite gibt es die letzte Firmware. Da entpacke ich mir die Firmware für den Whoop Lite Video Sender und kopiere die HD Zero TXT Datei auf die SD Karte. Ich stecke die Micro SD Karte in das HD Zero Modul und starte es. Und schon ist das Update aufgespielt. Das Board baue ich jetzt hier in so einem 75mm Whoop. Das ist von BetaFPV. Ursprünglich ist hier ein Volksnail 1S Board drauf gewesen digital. Genauso passt aber auch das HD Zero da rein. Beides kann man schon so flugfertig bei BetaFPV bestellen. Die neue HD Haube von BetaFPV ist so entwickelt, dass die für das Volksnail System passt, als auch für HD Zero. Die Kamera wird hier befestigt. Die Kamerahaube wiegt 2,17 Gramm. Hier kann auch eine analoge Kamera eingebaut werden, wo der Winkel dann einstellbar ist. Es gibt aber noch für analoge Quarz eine kleine Kamerahaube. Aber da ist der Winkel nicht einstellbar. Da gibt es nur zwei Elemente für die kleine Kamera mit 20 und 30 Grad Neigung. Hier die analoge Version von BetaFPV 65 Pro und ursprünglich war diese Haube drauf. Die ist halt robuster. Die Orange ist jetzt robuster. Auch man hat mehr Luftzufuhr, so dass hier der analoge Video Sender gekühlt wird. Gehen wir zurück zu meinem HD Zero System. Ich habe jetzt die Kontakte hier verbunden. Minus, Plus an den Akku und dann RX gelb an TX und TX weiß an RX am FC. Hier sieht man noch die kleine ExpressLRS Antenne an Bord. So bin ich jetzt fertig. Ich muss noch alles zusammen schrauben, mit der Kamerahaube und dann kann ich fliegen. Die Kamera habe ich angeschraubt mit zwei Schrauben links und rechts und unten das Bord wird mit drei Schrauben befestigt. Eine Kleinigkeit habe ich vergessen Smart Audio anzulöten. Die Lite Version von HD Zero. Woop Board hat hier noch einen SA Smart Audio Ausgang. Also kann ich das hier über Smart Audio steuern. Und das Ganze wird mit drei Schrauben hier angeschraubt. Nun ist mein HD Zero fertig. Eingebaut im BetaFPV Meteor 75 Whoop. Da die identischen Motoren mit 1102, 18.000 kv Motoren, internen ExpressLRS, F4 Flugcontroller, hier die HD Zero Kamera. Und das Ganze wiegt 34,8 Gramm und geflogen wird mit einem 450mAh 1S Akku. Und dann sind wir unter 28 Gramm. Was bei dem starken 1102 Motoren leichtes Gewicht ist. Bei dem Meteor 75 Digital gibt es im Original Lieferung die Aufbewahrungsbox, Ersatz Propeller, zwei Akkus und natürlich ein USB Ladegerät zum Testen oder zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkus per USB. Außerdem gibt es hierzu zusätzlich zum Aufstecken Plastikelemente, die aber extra Gewicht haben. Ich würde die nicht verwenden. Aber sieht lustig aus. Individuell. Auf dem Meteor 75 steckt ja der ExpressLRS Empfänger. Also kann ich wunderbar hier mit ExpressLRS fliegen. Hier hinten habe ich das BetaFPV Modul mit ExpressLRS Version 2.5.1. Und der Empfänger unterstützt die ExpressLRS Firmware ab 2.0 Version. Akku rein. Motor an. Und Tschüss. Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020